Kennst du den Leuten, Mann? Ich hab schon mal irgendwann mal gesehen in der Internet. Ich lege große Zähne. Hallo, ich bin Carlos von Saint-Synique. Let's go. Genau. Wah. Ja. Hier, Sie sind D-Andy. Sag im D-V-Sig. Reggie? ... und das ist ein Führer. Also, das ist ein Führer. Wir sind der Führer. Wir sind der Führer. Wir sind der Führer. Wir machen die Impression. Wir sehen uns beim Freibon. Wir machen den Führer. Ein enfim. Bis zum nächsten Mal.